Hey Leute, ihr seht's. Ich bin im Streaminghaus vom lieben Simon und dann die wird schon da... AAAAAAAH! Du Wixxer! Jetzt fällt es nicht weg! Ich hab dich kaputt. Also, heute leider nur ein kleines Handyvideo, weil ich nicht mehr Zeit habe. Und gerade ehmals angekommen bin, um mich jetzt erst mal hier gegen diverse Menschen zu verteidigen. Erklär mich aber mit dem Besen! Warte, gib mir mal den Besen. Ich weg jetzt Nilo. Komm, wir weg jetzt Nilo. Halt mal die Kamera, halt mal die Kamera, Leute. Kleiner Frame. Wofür schlägt der hier, ne? Okay. Bist du bereit? Alter, was ist los, Mann? Alter, was ist los, ey? Was ist da der Besen? Nee, wir kennen die, ey. Wie geht's dir Nilo? Ich schlafe mal raus. Und hier? Also, ihr seht's. Ein wenig Chaos. Deshalb heute nur ein kleines Handyvideo. Wie soll ich sagen, ein kleines Update. Ich bin aber jetzt im Streaminghaus. Checkt auf jeden Fall einen Stream aus. Sieben und so, so unten. Ich bin aber jetzt einfach zuvor runter zu laufen. Ich hab jetzt heute leider keine Zeit großartig was anderes zu machen, weil wir jetzt eben erst angekommen sind. Und da werde ich später den Blog schneiden. Es ist so ekelhaft hier. Es ist richtig viel, Leute. Hier stinkt überall. Hier sind immer richtig hässliche Menschen. Und generell ist es relativ scheiße hier. Aber ich schäme mich gerade ein bisschen dafür, dass ich so ein Content gerade produziere. Weißt du das? Dass das mein YouTube-Video heute ist. Das ist geil. Traurig, oder? Hauptsache, du bist zu sehen. Aber lasst einfach mal jetzt 300.000 Daumen hoch da, wenn ihr wollt, dass Xander sich den Fuß amportieren lässt. Amportieren! Alles klar! Alles klar! Alles klar! Ja, das war's von meinem heutigen Video, Leute. Ich hoffe, ihr versteht das irgendwie. Checkt auf jeden Fall den Stream aus von Simon. Den Gaming-Stream. Und, ähm, ja. Ja! Was soll ich da rum? Kannst du nicht bringen auf YouTube, oder? Geil! Hier ist ne Puppe, Junge! Boah, was ist da? Ist da Wichse drauf? Boah, da hat jemand... Jemand hat mit dieser Puppe geschlafen! Was ist das? Alles klar, Leute. Das war's von meinem heutigen 18 Uhr-Video. 20 Uhr-Video, wie auch immer. Lasst einen Daumen hoch. Da schaut man im Stream vorbei. Bäh! Widerlich!